Und das war der Start zum großen Preis von Bild Hamburg. Alle Teilnehmer kamen zunächst glatt ab, Friendly Face an der Innenkante hat die Führung, ganz außen erscheint, Ewing Turf mit Reado. Ewing Turf an der Außenseite und Reado, dahinter Friendly Face an der Außenseite in dritter Spur, Urassi mit Brandy. Ewing Turf an der Spitze, Reado an zweiter Stelle, dann Friendly Face außen in dritter Spur, Urassi, 1-10-1. Die erste Zwischenzeit, das Feld im Bogen, Ewing Turf an der Spitze, Reado an zweiter Stelle, dann Friendly Face in dritter Spur, geht Urassi dicht dabei, Grandboy an der Innenkante. Ewing Turf weiterhin vorn, Urassi rückt hier weiter auf, erscheint an zweiter Stelle, innen geht Reado, dann Friendly Face, Grandboy, Brandy an sechster Stelle. In dritter Spur dann Flado vor BJ, Superstar, Cordoba Lobel und Web-It-Wood am Ende des Feldes, die Pferde auf der Gegenseite. Ewing Turf an der Spitze, außen geht Urassi, dahinter Reado an dritter Stelle, Flado in dritter Spur, rückt hier weiter auf. Ewing Turf und Urassi an der Außenseite, dahinter Friendly Face an dritter Stelle, innen geht Reado an der Außenseite, Flado, dann Brandy und Grandboy vor BJ, Superstar. Die Pferde im Schlussbogen, 1-10-9 war die zweite Zwischenzeit. Urassi, drückt auf das Tempo, steckt den Kopf in Front, Ewing Turf dahinter an der Innenkante. Urassi an der Außenseite im Vorteil, Urassi, dahinter Friendly Face an der Außenseite, Ewing Turf fällt zurück in dritter Spur, weiterhin Flado. Urassi an der Spitze, Friendly Face an zweiter Stelle, dann Ewing Turf, Flado an der Außenseite. Die Enki-Rade wird nun erreicht, Urassi an der Spitze. Urassi im Vorteil, 1-17-3 war die dritte Zwischenzeit. Urassi, Friendly Face, dahinter Ewing Turf an der Innenkante, dann kommt Reado frei. Urassi im Vorteil, dahinter Friendly Face und Reado außen kommt BJ, Superstar mit Brandy, ganz außen Cordoba-Lobel. Urassi ganz überlegen gewinnt, dahinter Friendly Face, Reado knapp, dritter, dann BJ, Superstar und Webidwood ganz außen Cordoba-Lobel. 1-10-4 die letzte Zwischenzeit, Sieger im großen Preis von Bild Hamburg wurde Urassi mit Jean-René Goujon. 2-20er 3-5 die letzte Zwischenzeit, Sieger im große Heellort, in West aqui